Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Let's Play 2 tail zu schwer tail heavy tail hard tail Under hard under heavy zu schwer under tail Weiß ich will zu schwer Bone room Oh hier ist noch ein Bittergrund Bone entrance It's comfortable as it looks The fuck Warum ist eigentlich immer rot Das ergibt keinen Sinn Ich hab mal ne Frage Weil ich hab von dieser Eck gehört dass man sich selbst als bösewicht im Spiegel sehen kann Jetzt wo alles so rot wird denke ich mal dass man es jetzt machen kann Ich werde es jetzt mal ausprobieren Nur schnell bevor wir das Ende erreichen Weil um es schonmal zu sagen Dort wird das Ende dauern Das ist mein nächster Traum Ahhhh Alter warum ist zu lang Ich hätte auch schießt Ich hätte auch schießt Mit mir Ja Obwohl ich alle getötet habe Wobei ich bis auf den vorgelt am anfang Wer ist das da kommt warum es kann man sich hier Und seit ist So als was zu viel ist man gemacht habe ne Da habe ich die vorgelt auch so außer sie getötet ne Und die habe ich auch nicht mehr geschafft Wenn ich die töten will ich habe ich nicht Ich bin bis traurig aber naja Ahhhh Es ist mehr in der Musik Moment Kuselisch ist Das ist kein Musik Emma White Emma White Ah schon wieder so spät Nächste der Kürzen ein Stumpf Punkt N 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 No, 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 there is no need to fight, why not settle with a very nice cup of tea? Why you? Hey, I never betrayed you. It was all a trick scene. I was waiting to kill him for you. After all, let's be your first friend. I'm hurtful. I promise I won't get in your way. I can help. I can... I can... Please, don't kill me. Dude, I have a betrayal. Fuck. Greetings. I... Am... Ayossi. Thank you. Your power awakened me from death. My human soul. My determination. They were not mine, but yours. At first, I was so confused. Your plan had failed. Hadn't it? Why was I brought back to life? You. With your guidance, I realized the purpose of my reincarnation. Power. Together, we eradicated the enemy and became... One. One. HP. Attack. Defense. Gold. XP. Laugh. Every time, a number increases. Bad feeling. That's me. Ayossi. Now. Now. Now we have... We reached... Absolute. There's nothing... Left... For us here. Let us... Erase... Erase... This pointless world. And move on... To the next. Do not... Know? Hmm. How curious. You must have misunderstood. Since when? You were the one... In control. What the fuck? The fuck? Lol. The split should be fixed. The spiel has just closed. Then must I have to go ahead and open? No, 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 no. So was is also... The... 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 Undertale. Äh... Kann ich's machen? Ich kann wirklich nichts machen... Jebies was, versucht. Aber ich kann das Spiel schließen... Gut. Gut, dass man die Funktion drin gelassen hat. Alles andere kann man nicht machen, außer Spiel schließen. gut gemacht und davor war man muss es gedrückt halten hier war es so dass man einmal kurz drücken musste ja nie ist klar natürlich was können wir machen hallo ich bin raus hallo hier ist neidpunkt als neidpunkt er ist neidpunkt und da ist nicht wenn ich in obs die größe des bildes übrigens an dieser ecke diese ecke und die ecke auch das sein wobei ich hab ich es gesehen ist sehen wie sich die welt verkleinert hat jetzt ab jetzt es ist ein bisschen langweilig ich kann nichts machen außer spüren schließen wieso passiert denn nix es macht ein spiel so dass nichts passiert das spiel ist über langweilig das war ein freundes an und hält viel war die ganze zeit so davor was alles zu uns selbst jetzt beginnt das richtige spiel davor war alles gut hoch hier in spielnacht auch mal was passiert kann ich kann mal alle anderen kosten das gehört nur mit was ich kann auch echt nicht wahr sein und irgendetwas wird passieren das was passiert nichts wieso passiert nichts das kann doch echt nicht wahr sein ich kann ja ein musikbeispiel machen die den freundern hat hält und was übrigens in lautstark im mixer die den freundern Zeit reibes Objekt Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 ja ja ich bin noch davon nicht mal und heute hat sie weggekickt ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020